Da wird wieder Es war einfach nur unnötig laufen. Die Gegner sind nicht mal respawned. Also keine ahnung was das jetzt sollte Aber Na gut So, du bist ein großes Problem, weil aus irgendeinem Grund fliegt er erstmal hier hin Ja, den kann ich benutzen. Tschüss. Ich stun den nur Genügend für mich, um ihn auszuschalten Okay, ich hab zwar kaum Pfeile noch, aber das muss jetzt reichen leider Auf, hier anzugreifen. Der Arme wurde jetzt leider sehr hart getroffen Ich hoffe trotzdem, dass es noch möglich ist. Das ist uns ärgerlich, wenn nicht. Wir sind da bitte noch Oh, abgeblockt Hast du dich weggetroffen? Wieso? Wer trifft dich denn? Ich weiß, ob ihr das genug gesehen habt, aber da stand gerade, jetzt hast du mich verloren, weil ich ein bisschen zu schnell für ihn war Aber ich muss ihn doch schnell hochrennen Also, hier jetzt auch nicht so genau Wieso kann ich ihm da nicht sagen? Bleib mal stehen Nee, der muss mir immer folgen Auch so unnötig finde ich Okay, na gut, zwei Pfeile habe ich tatsächlich noch Einen Pfeil habe ich tatsächlich noch Danke Danke Wieso? Hilf mir Du wirst nicht angegriffen Spann dich Ich werd hier angegriffen, nicht du Wieso fiese Gestein? Du stehst direkt neben mir Ich mag diesen Roboter nicht So, hier ein Checkband bitte Ich hab ihn nötig Ja Ja, dies Danke Wir sind aber auch schon fast da Es ist nicht mehr weiß Oh, Gott Das ganze Camp hier noch Ist bei sich sogar blau So, der ist down Hey Lass ihn in Ruhe Schwinde Okay Nein, Bombe Was machst du da jetzt? Oh Na gut Das kann ich nicht kaputt machen Weg, 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 weg Äh, 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 äh Schleuder? Ja, der Stunt ihn Okay, okay, okay Okay, okay, okay Wieso fiese Gestein? Was machst du? Nichts, er labert nur Er ist nur da oben einfach Verdammt Du doch was Du doch was Versuch's ja Alter Bruder Das ist Nicht so einfach Hopp, hopp Und wir sollten jetzt Zumindest Oben sein Hast du mich verloren? Hä? Und du bist noch direkt hier Warte, 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 zurück, zurück, zurück Komm zurück Ich muss das mal genauer anschauen Dein Ernst? Okay, aber hier Soll da alles in Ordnung sein Ich hab keine Muni mehr Ich brauche erstmal Muni Konnte ich hier irgendwo was Abschlagen Und dann kriegt der Final vielleicht von Please Muni, Muni, Muni Kein Geld Kein Geld Kein Geld Okay, Leute Ich hab nur noch eine einzige Idee Was wir machen könnten Von seinem allerbesten Freund Den Beatle Er könnte uns nur noch raushelfen Nein Der macht leider nicht genug Damage Was anderes habe ich nicht Was soll ich machen? Kannst du nicht hier stehen bleiben? Ne, das bringt nichts Ich glaube ich muss wirklich erstmal Pfeile irgendwo finden und farmen Ich finde hier aber nirgends wo einen Ort wo ich welche fahren könnte Ich war jetzt gefühlt nochmal komplett überall in Elden Ich hab nichts gefunden wo ich irgendwo Pfeile bekommen Also Zeitverschwendung Plus Ich Rush einfach durch Ich versuch's einfach Ich versuch's jetzt einfach Ich muss es ja einfach versuchen Was anderes kann ich jetzt nicht machen Ich kann versuchen Hier dran zu hangeln Hallo Pink Boring haben sie aktiviert Vielleicht wird der nicht mehr brennen Moment Ich glaube das ist vielleicht auch nochmal das was ich haben will Ich habe einen verschossenen Pfeil gefunden Das ist ja schön Ein heiliges Kugellager Boah das stimmt Den riesen kann ich ja an mich locken Oder rennt er jetzt wieder zurück Egal Ähm der ist der gefährlichste Nice Er ist tot Ich hab noch einen Pfeil Hier ist noch einer ne Ja hier ist noch einer Lass ihn erstmal schießen Weil sonst prallt das Pfeil einen Pfeil ab Ist noch einer Hier ist noch einer Wo Oh no Da oben Na gut Den muss ich jetzt ignorieren Den hier zu besiegen ist wichtiger Na komm Was soll ich machen Der macht nichts anderes Dann packen Ist er tot? Nein Aber ich bin fast tot Ich konnte nichts machen Ich konnte nichts machen Ich sterbe jetzt Ich habe gedrückt Ich schwöre ich habe es gedrückt Das ist verrückt Please Komm Aber das ist nicht wieder voll Leben oder? Weil ich die Aerial recentert habe okay er wurde nicht versucht warum wir rüber 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 kommt bitte her die glorie bitte danke ich bin fast dort entweder ich kriege jetzt hier nur herzen entweder ich bin jetzt hier nur herzen oder ich muss meinen heiltrank nehmen und dann möchte ich ungern jetzt schon verwenden diese mission diese mission vielleicht teilt auch in zwei folgen ich weiß es nicht kannst du überhaupt durch ist es zu warm für dich das ist nicht zu warm für ihn gut okay letzte passage da oben und alle so müssen die ganzen schleimviecher weg aber dafür sind das stärkere gegner ich sehe es schon kein bock absolut keinen bock weil ich es richtig mache meine ich was gibt es mit den ersten so dramatisch verringert worden ich kann gerne nach herzen suchen wenn du willst aber wir sind keine toll okay erst mal meine taktik und dann mach ich es richtig nein nein bitte nicht ähm ähm ich kann nichts machen ich kann nichts machen ich kann nichts machen alles treu ja natürlich die monster da Na komm, mach! Gut, dass er ihn nicht treffen kann. Er ist jetzt tot, glaube ich. Ne, er lebt noch. Warum lebt er noch? Die kommen nicht näher, die können dich nicht erreichen. Spann dich mal! Oh, dieses nervige... Diese Mission, Freunde, die gefällt mir überhaupt nicht. Aua! Mann! Der ist schlauer! Ich bin nicht wirklich, aber... Na komm, jetzt kommt sie nicht auf die Bombe, auf die Bombe! Verdammt! Muss ich die auch noch killen? Ich hoffe mal nicht. Ich schiebe die jetzt, bitte. Die können doch eigentlich nichts. Komm her! Komm her! Du bist so ein verdammter Vollidiot! Wieso hast du keine schlaue AI? Wieso bleibst du einfach mitten der Gegner stehen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, das killt ihr nicht. Das könnte die killen, wäre geil frakt. Nee, das killt ihr auch nicht. Was macht das hier noch? Das stunnt die nur. Ok Dann geht es eigentlich nur noch mit Bogen Was? Ich habe keinen Ich hasse diese Herausforderung Was auch immer wir gerade machen Wie nennt man das? Wieso ist das so inkompetent und kann nicht einfach nach oben fliegen? Höchstens die Beatle hätte ich jetzt noch Ne Macht auch keinen Schaden Komm bitte einfach Wieso? In Ernst? Äh Geht doch leise Hier jetzt schnell komm Peace Er bleibt da einfach stehen Ich habe nichts Ich kann nichts machen spielen Ich kann nichts machen Die wollen unbedingt, dass ich den kille Aber ich habe nichts zum killen Cool Bleibt da einfach Ist mir egal, bist du einfach Wird auch egal Ich hoffe mal ein bisschen was gescheites Wer hat sie Ja, ist in Ordnung Aber Ich denke, dass er mich braucht Was soll ich denn machen? Sag es mir Was soll ich denn machen? Was denn? Was soll ich denn machen? Sag es doch Ja, wir kürzen ihn ein bisschen Wir lachen uns aus Aber wir ihn fangen Funktioniert nicht Was soll man machen? Gibt es blocken? Moment Ich muss es einmal noch Kann man blocken, aber bringt nichts Ich gehe einfach raus Ohne ihn Soll er da drin schmoren Ich brauche erstmal ein bisschen Moni Please Bitte Bitte Pfeile 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 Keine Robine Ich brauche kein Geld Ich glaube doch Wieso glaubt ihr nicht? Ich finde, dass er endlich mal ein paar Herzen sind Ach, du bist auch hier Ja, toll Wunderbar Warte, er ist hier Okay, alles respawnt, aber dafür ist jetzt vorbei Oh, endlich Diese Mission ist so blöd Einfach blöd Jetzt haben wir es endlich Warte, ich brauche noch ein paar Herzen Nein, das sind eine Robine Ja, hier waren die Herzen Ganz viele, ganz viele Ja, 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 ja Sehr geil Okay, wir sind fast wieder voll Damit kann ich arbeiten So, und jetzt mach deinen Job Los Da soll ich weiter ausschmeißen? Na, dann soll ich gerne Ich versau es nicht Okay, gut Pfeile 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 Habt ihr das gesehen? Bitte ruf mich wieder an Wenn ich, äh, helflich sein kann Pfeile Endlich verschwindet er Ich hatte fest, dass die Flammen, die in den Weg versperrten, erloschen sind Ich empfehle weiterzugehen Ja, es ist gut, dass du das, äh, äh, gemerkt hast Ja, das habe ich Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich hab das auch gemerkt Ja Und ja Da werden wir jetzt durchgehen Und beim nächsten Mal vorbeischauen, was da ist Außer ich mach, äh, die Folge geht weiter Ich hab keine Ahnung, ich bin 50 Minuten auf, manchmal ich das zusammenschneide Ich liebe es Na gut Dann wollen wir hier doch mal hinein Boah, ist echt warm hier drin Aber ich hab die Ohrringe Sollte mich beschützen Let's go Aber ist das hier nun der Dungeon? Oder ist das da was anderes? Das alte Großheiligtum Laut Karte ist das ein super kleiner Ort Schaut euch das mal an Hier Und da gibt's noch Untererse Bereich Laut Musik könnte es vielleicht ein Neu Dungeon sein Allgemein Ja, Aufmachung Deutet drauf hin, dass es eventuell ein Dungeon ist Ja Ja, das Sprecher brauchen wir nicht Wir haben ja gerade gespeichert Ja Weiß ich nicht Okay, da kommt was heraus Gut zu wissen Das war ganz gut zu wissen Das wird bestimmt später noch nützlich Sein Coole Eulen Äh, Pfeiäule Ah, Moment Gibt das nicht? Ein Beifagen vielleicht Zack Ja Okay Das ist ganz cool Aber es sinkt auch ganz schnell wieder Wow, das muss ja extremst heiß sein Ja Ich glaube, unseren Popo wollen wir hier nicht verbrennen Wir sollen es auf jeden Fall vermeiden Sage ich Ihnen, das passiert genau das Warte auf mich Oh, da war noch eins Keine Hektik Keine Scheu Alles easy piece Ich verliere immer wieder ein Herz Wenn ich in den Vara falle Das wisst ihr Wie weit fährt der? Aha Ah Oh Okay Interessant Ja gut, okay Das habe ich nicht gesehen Wir kommen auf jeden Fall nicht weiter Dann rufe ich noch einen Zack Wir kommen jetzt tatsächlich nicht weiter Aber wir hier brauchen wir einen Schlüssel Oh, Moment Das ist wahrscheinlich so ein riesiges Gebiet, oder? Das könnte wirklich der Dungeon sein Ich weiß es nicht Vielleicht ist es ja der Dungeon Aber hier ist nicht die Flamme drin Weil es wurde ja gesagt, dass hier was anderes wäre Was ist denn hier eigentlich? Hier war ich noch nicht Komm her Schön Zwei Feen Oh, Pfeile Oh mein Gott Vielen Dank, Spiel Ich liebe die Spiel Dankeschön Endlich Freaking Pfeile, Junge Junge, Junge, Junge Okay Kann ich das nicht beeinflussen? Warum? Achso, weil die mich abgeschossen haben Achso Die Frage war Ob ich das nicht beeinflussen kann Mit dem Ding Nee, kann ich nicht Ich würde mal einen Bogen raushalten Für den Fall der Fälle Boah, ihr kriegt das so aufs Maul Wenn ich auf euch bin Ich krieg das so aufs Maul Tschüss Und du verbrennst Ich schieb dir recht Was geht? Naja, geil Ich brauch doch kein Geld Ihr braucht Geld Für eure Versicherung Einfach zack Zack Einfach runterschubsen Ich sag dir, dass das hier nicht Der zu Hause ist Sondern dass es die Sparta ist Und dann kriegen sie weg Ihr wisst ja Ich mag Kisten Und dann freue ich mich Bei jeder Einzelnen Die ich finden kann Okay Der Schlüssel Ja, das ist dann direkt für hier Loll Wer bist du denn Aber du siehst Morg mal zitieren kann Bist du bereit? Am Eingang zum Schatz des Königs Betrachten sich zwei Statuen Springe in den Mund Der schlafenden Statue Der weiße einen Mund Und der Weg wird sich öffnen Diese Weisheit sollst du dir merken Okay Ehrlich gesagt Meine Männer suchen auch gerade nach dem Schatz Wenn du einen verledelt Beginnt das Kannst du ihn ruhig fragen Hehehe Okay Sehr komisch, er tut aber Zwei Statuen Eine kann man hinein In ihrem Mund Habe ich jetzt zumindest so verstanden Hallo Oh Die sind draußen Oh, das sieht cool aus Das sieht echt cool aus Und doch Ich glaube, das ist der Dungeon Das sah gerade aus wie ein Boss Schloss So nennen die es mal Eieiei Okay, nice Wir sind im Dungeon Endlich weg von diesem Roboter Das erste Schnauze Verschwende Ich denke, wer du bist Das müssen wir nach oben so Swipen Das erwarten die nicht immer So bin ich denn jetzt Das ist alles so verwirrend aufgebaut Große Arena Soll ich da hin Ich meine, was anderes bleibt mir ja nicht wirklich üblich Ja Wer erwartet mich hier Oh mein Gott, ne Hand Kann ich mich angreifen Ich glaube, wie soll ich erst hin, wenn ich ein Wenn ich eine Fähigkeit habe Die ich noch erlangen werde Einfach eine Lava Hand Voll krass Ist aber cool aus Na gut Geht noch eine ganz kleine Trüche Ein ganz kleines Trüchen Oh, Pfeile Aber ich habe schon eine maximale Anzahl Moment, wenn ich hier Pfeile bekomme Und es nur noch hier weiter geht Nur noch hier lang geht Dann muss das ja bedeuten Dass ich was mit den Pfeilen anfangen soll Kann ich dann nur durchschießen Das hilft nicht Auf gleich Verschwendung Naja Okay, dann muss ich hier doch was machen Was? Da drauf? Danke Das war euer Freund Mein neuer Freund Die Lava Hand Yay Machen heute Freunde und Feinde Cool Au 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 Oh Jetzt stoppen die überall Pfeiles Wenn wir das Spiel so sagen Okay, sorry, wegen vorhin Äh, hier ganz viele Pfeile Ich meine, okay Immerhin kriege ich es jetzt endlich mal Was? Ich sehe nichts Geht weiter Schieß mich ab Ah Stopp Der andere Äh Kann ich da runter? Soll ich da runter? Vielleicht habe ich es da hin Warte Vorher springe So ist Saver Ja Weiß da will ich Gibt es doch gar nichts Moment Verdammt Ne, hier ist nichts Ist noch nichts gedrückt, aber egal Wo bin ich denn jetzt? Aha Ich bin total verwirrt Okay, da kann ich aber durch Moment, bevor ich jetzt durchgehe Ich würde schauen, wo ich bin Aha Da oben war ich jetzt aber noch nicht Hier war ich noch nicht, aber vielleicht kommen wir da noch hin Seltsame Dungeon Definitiv Ähm Wir machen einfach mal weiter Ich gehe einfach mal ein bisschen Das geht mir jetzt in die Mitte, oder? Nach draußen Jein Jein Ah, ja, ja Du bist also der Anführer von den ganzen Exile Försten Ich glaube, die heißen so Bam Doch, Ausdauer Gut geblockt, denkst, gut geblockt Oh, nice, nice, nice Und jetzt Zack Oh, das ist auch selbst fein Und krassen Musik Oh, ich habe seinen Schweif bekommen Nice Wie sieht das aus wie so ein Dark Souls Ort So eine große Dark Souls Bucke mit so einem Endboss Bisschen, oder? Bisschen, den Rasenmäher spielen Okay, weiter geht's Dann lass mal sehen Hier war ich noch nicht, aber da kommt bestimmt noch gleich hin Hier gibt's Brauche ich einen Schlüssel Hier geht aber nach oben Aber da bin ich jetzt an Hier kann ich nicht lang Hier kann ich nicht lang Okay, geht hier vielleicht irgendwas, was mir hilft Das sieht cool aus Ich gucke mich erst mal um Das macht mich wahrscheinlich schlauer Oh nein Verschwindet! Wow, komm her Welche dummen, blöden Fiescher Was verhindert ihr doch im Fiescher? Wir angreifen können Jetzt Ähm Okay Dann surfen wir mal ein bisschen In der Lava Oh, schön die mal abstechen zu können Ich dachte, das pfährt Oder kann ich jetzt doch vielleicht mit dem Mit dem Staubsauger Hier durch Was ist nochmal? Dann den Staubsauger rausholen Nein, das funktioniert nicht Nee, okay, das bin ich rechts Seltsam Hm Wozu ist der hier? Wozu ist der? Was soll er hier? Was macht er hier? Was könnten wir noch machen? Wir können hier ein bisschen rumfliegen Mit, äh, meinem Beetle Machen wir das mal Da kann mir auch ein bisschen Money einsacken Uh, oh Ach, so ist das Oh, oh Bombe Boom Einen habe ich Okay, da kann ich auch nochmal Das finde ich ganz cool hier Was man das hier mit dem Beetle so machen kann Es ist wie als würde man sich so ein Ohr gehen Äh, ich habe keine Bombe leider Diesmal Aber ich kann ihn trotzdem stun Wenn ich es nicht verkacken würde Auch deine Freunde zu rufen Da kann ich mich dann nicht treffen, oder? Das wäre lame Das wäre echt dumm, wenn das ging Oh, das nervt Mein Freund Der hat sich ausgespielt Ja, haha Ja, haha Was haben wir denn hier? Ein bisschen Money Bomben Die wir mitnehmen können Ring Ich habe eine Idee Freunde Lasst es mich mal ausprobieren Was ist, wenn ich diese Bombe nehme? Und dann wieder zurückfliege Oh, das eigentlich wird das schwer, oder? Ich kann halt erst nicht schneller sein Weil ich was in der Hand habe Aber das müsste funktionieren, oder? Ja Big Brain Krass Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kann ich damit rumschwimmen, oder? Also nicht in die Lava schwimmen, weil ich meine Ich glaube, wenn ich das hier jetzt Aktiviere hier Ich habe den jetzt weg und raushol Dann schwimmt der diesmal mit, oder? Ja Perfekt Oh, da hätte ich auch rüber schwingen können Oh, so soll man das eigentlich hier machen Oh Egal, hat auch so funktioniert Warum nicht? Hat auch so funktioniert Und Schlüsse haben wir nicht Dann gehen wir hierhin durch Was zum Und dann gehen wir hierhin durch Oh, so ist das hierhin? Oh, so ist das hierhin? Oh, so ist das hierhin? Vielen Dank.